Hallo in die Runde, was für ein Krampf. Heute Morgen andere Helden vorgestellt und nachdem das letzte Mal die Dummheit von allen möglichen Leuten belohnt wurde, die gesagt haben, oh, ich habe beschworen und gar nicht gesehen, dass die vorgestellten Helden gar nicht die neuen Helden sind und mit ihren eingesetzten Sachen belohnt worden sind, habe ich heute Morgen auch Münzen eingesetzt und einmal 2600 Diamanten, habe bisher nichts wiederbekommen, werde ich wohl auch nicht, aber Chong Chan Jung, wie auch immer der ausgesprochen wird, ist der neue Held und ich kann euch sagen, der ist gut. Viele sagen zu gut, ich finde nicht so viel vorweg. Schauen wir uns an, 5 Sterne, lila, Paladin-Klasse, das heißt, er geht Richtung Tank und wenn ich mir die Werte angucke, dann ist das genauso. Der Angriff ist bei ihm fast egal, die hohen Verteidigungswerte von fast 900, das ist schon übler wert und 1532 Lebenspunkte bestärken mich, wenn ich sage, das ist ein Tank. Mittlere Mana-Geschwindigkeit heißt 13 Prozent Mana braucht er, zwei kriegt er geskillt, also entweder 23er Mana-Truppe oder äquivalent ausgeskillt und Mana-Truppe. Durch die Paladin-Klasse kann die Verteidigung für kurze Zeit nochmal weiter angehoben werden, das ist nicht ganz zu vernachlässigen. Seine Fähigkeit ist krass und zwar reduziert sie die maximale Lebenspunkteanzahl von drei Gegnern, die nebeneinander stehen, also bis zu drei Gegner, wenn es der ganz außen ist, sind es nur zwei, über vier Runden hinweg über 800, also vier Runden hat 200 Lebenspunkte, maximal Lebenspunkte. Das heißt, wenn jemand keinen Schaden bisher genommen hat, sind diese 200 gleichzeitig auch, also die 200 Reduzierung der Lebenspunkte auch gleich aktiver Schaden. Hat jemand schon 1600 Lebenspunkte, besitzt aktuell nur noch 800 und dann schlägt die Fähigkeit ein, dann sind es halt immer noch 800 Lebenspunkte, aber das Lebenspunktemaximum ist um 200 gesunken. Gleichfalls bekommt er selbst und seine zwei Kumpels links und rechts neben ihm, so sind vorhanden, über vier Runden jeweils 200 Lebenspunkte Überheilung, die, wenn die Lebenspunkte, die Maximallebenspunkte überschreiten, zu dem Maximum hinzugefügt werden. Quasi nehmen und bei sich selbst aufs Konto machen. Wir sind dabei aber noch nicht am Ende, denn das Gleiche, was er mit Lebenspunkten macht, macht er auf die drei Gegner auch mit minus 24% Mana-Generation, die er sich selbst und den anderen beiden gibt. Bei den 24% Mana-Generation extra muss man halt wissen, dass das genau überall einsteint, wenn man nicht sogar an die Breakpoints kommt und es vielleicht mit dem vorhandenen Mana bei den Kumpels schon so weit ist, dass dann die Helden mit zwei Steinen geladen sind. Jetzt ist es so, dass, wenn man sich das alles ankuckt, das natürlich sehr böse ist. Aber man muss auch genau achten, wo man das einsetzen kann. Am Titan logischerweise eher nicht. Man kann ihn als Tank spielen. Bonus-Booster sehr gut, weil Leben über Zeit ist ein Bonus, der fürs Bonus-Booster-Turnier zählt. Das heißt mit der anderen Richtung dann allerdings auch, dass er entzaubert werden kann. Das heißt, im Entzauberungskrieg ist das schön, aber nicht mehr ganz gut, weil nach vier Runden meistens das dann entzaubert wird. Diese Fähigkeit von ihm ist generell nur dann gut, wenn sie komplett zum Greifen kommt. Ist der Gegner immun gegen Mana-Regenerationsreduzierung oder immun gegen Lebenspunkterreduzierung, weil er vielleicht einen Schutz-Buff drauf hat oder weil das Ganze gespiegelt wird, wie zum Beispiel von Lady de Winter und anderen Helden. oder der Gegner komplett immun ist, weil es ja auch schon genügend Helden gibt, die einen gegen negative Status-Alignments immunisieren für eine gewisse Anzahl an Runden. Dann kommt er gar nicht mehr so zum Tragen. Und die Lebenspunkte können halt auch entzaubert werden. In den meisten Fällen wird er einfach auslösen, langsam tickt das Mana runter und wie schnell das Mana, nicht das Mana, sondern die Lebenspunkte runter ist, da muss man sich einfach nur an die Nase fassen, wie Horus auf sehr schnell immer auslöst und wie schnell dann die Lebenspunkte runtergezogen werden. Wenn er hier als Tank steht, garantiere ich, wenn man ihn nicht weg macht und das muss man sich einfach mal reinfahren. Er bekommt für die ersten sechs Züge auch 50% zusätzliche Lebenspunkte und er hat 1.215 Rüstungen und 2.000 Lebenspunkte. Wenn da zwei Brakes drauf sind und da auch noch Truppen drauf sind, dann reden wir hier schätzungsweise bei irgendeiner Verteidigung von irgendwas um 1.300 bis 1.400 und dann wird er auch auf jeden Fall zum Auslösen kommen. Und wenn er zum Auslösen kommt, innerhalb der ersten sechs Runden, macht er zusätzliche Heilung für sich. Das heißt, nicht 200 pro Runde, sondern 300 pro Runde in diesen sechs Zügen. Heißt, wenn das im fünften Zug auslöst seine Fähigkeit, dann bekommt er halt noch zweimal 300 und danach wieder zweimal 200, ändert aber nichts dabei. Das sind zusätzliche Lebenspunkte, die man auch mit einrechnen muss. Das Ganze macht ihn böse, aber wie gesagt, man kann es entzaubern, man kann sich selbst immunisieren. Ist halt die Frage, ob man das schnell genug hinbekommt. Das ist die große, große Frage. Auf der anderen Seite gibt es genügend Mittel der Wahl, die schon gegen ihn arbeiten können. Devana als Held des Monats in der Vergangenheit, Entzauberung auf drei Ziele. Das ist schon mal nicht schlecht. Ebenfalls Mittel. Und dann gibt es auch einige Helden, die in Gelb immunisieren. Dementsprechend gibt es genügend Antihelden in der Antifarbe, die möglich sind, die gut sind, aber man muss sie immer haben. Generell glaube ich nicht, dass der Held so ein Überproblem sein könnte wie andere Helden, aber er wird ein Brett. Und wenn man da nicht schnell genug die Steine zusammenbekommt und der Held ein-, zweimal ausgelöst wird, dann kann man richtig abkotzen. Insbesondere dann, wenn diese Lebenspunkte einmal komplett durchziehen, weil das muss man sich ja auch mal vor Augen haben. Nehmen wir mal an, wir hauen da vielleicht ein paar Steine rein, auch ein paar gelbe, ein Match, ein Dreier-Match. Und selbst wenn wir da mit Mono reingehen, dann werden das vielleicht 1200 Schadenspunkte sein. Er hat dann aber immer noch schätzungsweise irgendwas um 2000 bis 2200 Lebenspunkte danach über. Kurzum, der ist böse. Und was man nicht vergessen darf, löst er in dieser Zeit nochmal aus, dann wird der Statuseffekt halt nochmal verlängert. Generell besteht die Chance, dass das halt sechs Runden beim Gegner zählt. Und sechs Runden minus 24% Mana, und da sind wir nicht mal bei der Lebenspunkte-Reduzierung, ist halt einfach nur übel. Es ist eine Runde mehr, die da kommt, und 50% Chance, dass das eintritt, dass es halt fünf Runden geht. Entschuldigung, nicht sechs Runden, was ich eben gesagt habe, das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Fünf Runden, dann ist das natürlich und bleibt böse. Also, ein sehr, sehr guter Held. Wer beschwört und ihn haben möchte, und ich kann mir nicht vorstellen, wenn man ihn nicht haben wollte, dann viel Glück beim Ziehen. Für die, alle die, die schon beschworen haben, hoffe ich, dass wir unsere Marken und Diamanten zurückbekommen. Vielleicht hat Small Giant ja auch wieder ein Einsehen. und dann hören wir uns, sehen wir uns beim Krieg. Hoffen wir mal, dass der genauso gut fühlt wie der letzte. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Vielen Dank.